In der nächsten Rede haben wir uns gedacht, wir haben wahrscheinlich nie wieder die Gelegenheit, das Lied so nahe an der U-Bahn-Station Schwäger-Straußen zu spielen. Weil das ist ja auch gleich 200-300 Meter da drüben, oder? Die Schwäger-Straußen? Genau, das Lied heißt, ich bin schon Schwäger. Wo es irgendwie um die Verhuntzung oder Verkürzung der deutschen Sprache verwundert, wenn es rausgeht. Genau, kurze Geschichte dazu, meine Sonne ist mit der U-Bahn gefahren und hat der Telefonat mitgehört. Und ja, früher hat man gesagt, du Schatzi, ich bin schon bei der U-Bahn-Station Schwäger-Straße, ich komme in 10 Minuten, Bus über Bar, bis gleich. Und heute sagt man verkürzt, ich bin schon Schwäger. Und, ähm, genau, wir bräuchten da eure Mithilfe. Und zwar, ähm, zeigt sie mal auf bitte, wer gut singen kann. Ja, wir sehen jetzt natürlich wegen dem Scheinwerfer nichts, das ist ein bisschen gemein. Ja, danke, sehr lieb. Das Schöne ist, man muss nicht gut singen können, deshalb dürft ihr alle mit singen. Und zwar singt ihr einfach das, was der Stefan singt. Wir werden einen kleinen Probe-Refreuer machen, genau. Und wir wollen euch bitte ledig laut hören, weil sonst hört man es hier, bei unserem Bühnenraum. Also bitte unterstützt was. Und zwar singt ihr erst erst, Euler, wo bist du? Und dann singt ihr Euler, wo bist du? Und dann singt ihr mit, okay. Und dann singt ihr mit, okay. Wir sehen euch jetzt. Okay, und wir fangen gleich an, wenn wir da träumen, damit es eben gleich eine Kunst ist, ja? Ich bin schon ein Schwäger. Oder was bist du? Ich bin schon ein Schwäger. Ich bin schon ein Schwäger. Oder wo bist du? Du, drei und Schwäger. Der wird heim so tot noch reden, auch in unserer digitalen Welt. In 15 Gruppen bei WhatsApp wird gleichzeitig geschrieben, es zählt. Fast alle Leute in der U-Bahn stehen deppert auf ihr Smartphone. Und ich hör' mir, ich bin schon Schwäger. Oder was bist du? Ich bin schon ein Schwäger. Ich bin schon ein Schwäger. Oder wo bist du? Du, drei Schwäger. Sie grünen ja wirklich viele, neben dem Gehorten sagt's mehr so. Artikel werden überbewertet, das hat so gut zwei Möglichkeiten. Ich bin schon ein Schwäger. 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 Oder wo bist du? Du, drei Schwäger. Ich bin schon ein 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 Schwäger Ich bin schon ein Schwäger. Ich bin schon ein Schwäger. Ich bin schon schwäger. Oder was bist du? Ich bin schon schwäger. Ich bin schon schwäger. Oder wo bist du? Dein Schwäger. Und wann du in der Uhrarbeit sitzt und die Mittagspause nahmst und du hörst nur die Paprika. Heute gibt's ein Angebot. Die Paprika. 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 Dann hätte ich schön auf das Mitsingen und mit tun. Offen, zackt. Loser Teppich. Dankeschön. Loser Teppich. Die Paprika.